Ach, Herr Freund, ich habe Zeit für dich, gell? Ach, Herrlich! Was ist denn so schön, wenn die Telekom den Telefonanschluss umstellt und es auf einmal kurz vor eins flug macht und nichts mehr läuft. Aber wir hoffen, dass so in ungefähr einer Stunde der Techniker hier ist und dass wir dann vielleicht so ab 15, 16 Uhr wieder mit euch per Telefon kommunizieren können. Das allergenialste ist, es geht kein Internet, es geht kein Facebook, es geht kein gar nichts. Wir haben aber hier den Paco und der hilft uns jetzt so ein bisschen über die Zeit.